Gott möchte ihnen durch diese Botschaft etwas Wichtiges offenbaren, etwas, das einen bedeutenden Einfluss auf ihr finanzielles Leben haben kann. Die Engel sagen, dass jemand in ihrer Familie schwierige Zeiten erleben wird, aber wenn sie diese Botschaft beachten, werden sie in der Lage sein, einzugreifen und dem Feind entgegenzutreten, der bereits besiegt wurde und sein Bestes versuchen wird, ihnen zu schaden. Doch als Kind Gottes will er sie beschützen. Sicherlich wird Gott wunderbare Dinge in ihrem Leben vollbringen, indem er ihnen verschiedene Möglichkeiten eröffnet und sie zu finanziellem Wohlstand führt. Bitte abonnieren sie den Kanal, wenn sie es wünschen. Gott wird großes Glück und glorreiche Momente in ihr Leben bringen. Vertrauen sie voll und ganz auf den Herrn, und sie werden finanzielle Freiheit erleben. Bevor dieses Jahr endet, wird ihr Leben mit Wohlstand gesegnet sein. Die Engel haben eine besorgniserregende Vision gehabt, in der sie mit drohenden Gefahren konfrontiert werden. Um jedoch alles Böse, das auf sie zukommt, zu beseitigen, bitte ich sie dringend, diese Botschaft bis zum Ende zu lesen, meine Liebe. Gott hat ihnen eine besondere Aufforderung gegeben, und es liegt nun an ihnen, zwischen einem Leben voller Widrigkeiten oder unzähligen Siegen an der Seite des Vaters zu bellen. Die Engel behaupten, dass jede Nacht eine sehr negative Energie versucht, in ihr Haus einzudringen. Es ist wichtig, dass sie bis zum Ende dieser Botschaft zuhören, damit Gott sie schnell beseitigen kann. Der Herr wird all ihre Wunden heilen und alle ihre Probleme lösen. Sie müssen nur Glauben haben. Amen. Schreiben sie 62 62, um zu bestätigen, dass ihr Glaube durch die Kraft der göttlichen Glade beschützt wird und keine der Bemühungen des Feindes Erfolg haben wird. Amen, mein Kind. Lieben sie ihren Nächsten und lernen sie, denen zu vergeben, die sie verurteilen, ohne sie wirklich zu kennen. Haben sie Mitgefühl. Gott wird sie ermutigen, und neue Freundschaften werden in ihr Leben treten. Viele von ihnen werden bereit sein, ihnen zu helfen, wenn sie es brauchen, auch wenn sie nicht zur Familie gehören. Die Engel kündigen an, dass in den kommenden Wochen etwas Wunderbares in ihrem Leben geschehen wird, denn Gott hat seine Hände auf ihren Weg gelegt. Gott hat diese Botschaft gesandt und diesen Moment vorbereitet, um sicherzustellen, dass sie sich nie allein fühlen, denn der Herr wird ihr bester Begleiter sein. Amen. Er wird alle Traurigkeit aus ihrem Herzen entfernen und ihnen Hoffnung geben, damit sie sich den Schwierigkeiten stellen können, die der Feind ihnen in den Weg zu legen versucht. Die Engel arbeiten bereits daran, Lösungen für ihre Schulden zu finden. Machen sie sich also bereit. Sie werden bald die Gelegenheit erhalten, ihre größten Träume zu verwirklichen. Schreiben sie jetzt 61 61, um alle Segnungen und Wunder in Anspruch zu nehmen, denn die Dunkelheit hat ein Ende, und es wird Licht im Überfluss geben. Diese Botschaft wird Gesundheit bringen, und Gott hat offenbart, dass jedes gehörte Wort zu Fortschritt und Wohlstand führen wird. Amen. Gott bittet sie, diesen Brief nicht wegzuwerfen, denn er wird ihnen bald etwas Außergewöhnliches zeigen, das ihre finanzielle Realität völlig verändern wird. Die Engel sind eifrig dabei, etwas Unglaubliches zu enthüllen, das geschehen wird, aber ich bitte sie, aufmerksam zu sein, denn nur die Treuesten des Vaters werden belohnt werden. Gott warnt, dass sie, wenn sie sich entscheiden, diese Botschaft zu verlassen, bevor sie beendet ist, die Gelegenheit verlieren werden, all die erwähnten Segnungen zu erhalten. Die Engel warnen davor, dass es in ihrem sozialen Umfeld Neid gibt, und es ist wichtig, sich von den am Ende genannten Personen fernzuhalten, um Probleme zu vermeiden. Amen. Gott kennt sie wie kein anderer und weiß, dass sie ein großes Potenzial haben, um ihre Träume zu verwirklichen und den Menschen um sie herum Freude und Stolz zu bringen. Vertrauen sie voll und ganz auf den Herrn, denn er wird alle Bedrängnisse, die in ihrem Geist auftauchen, beseitigen und gute Nachrichten bringen, bevor dieser Monat endet. Schreiben sie, her, es gibt nichts auf dieser Welt, was deiner Barmherzigkeit gleichkommt. Nachdem sie das bestätigt haben, hinterlassen sie ihr Zeichen, um im August finanziellen Reichtum anzuziehen. Amen, mein Sohn. Hinterlassen sie ihr Like und teilen sie diese Botschaft, um Schutz zu erhalten und zu verhindern, dass Neid oder Fallen ihnen schaden. Es ist von äußerster Wichtigkeit, dass sie sich diese Botschaft in ihrer Gesamtheit anhören. Um die Führung der Engel zu empfangen. Schreiben sie 60 60, um die Führung des Herrn anzunehmen. Ich sehe, dass sie bis hierher gelesen haben. Das zeigt, dass sie den Willen haben, die Gnade Gottes in ihrem Leben zu empfangen. Ich sage ihnen, dass ihr Glaube ihr größter Schutz ist. Hinterlassen sie ein Amen und schreiben sie 59 59, um den Glauben zu festigen. Amen, mein Kind. Der Herr segne sie. Der Herr segnen sie. Untertitelung des ZDF, 2020